Warum macht man nicht einfach mehr Intensivbetten? Die Intensivbetten und die Beatmungsgeräte sind ja nicht das Problem, sondern das Problem ist die Intensivpflege und auch die ärztliche Betreuung dieser Patienten. Die Betreuung dieser Patienten ist sehr personalintensiv, sodass fast eine 1 zu 1 Betreuung rund um die Uhr gewährleistet sein muss. Und die Ausbildung zur Intensivfachkraft bedeutet ja, dass nach der regulären Ausbildung zum Krankenpflegediplom oder auch der FH eine zusätzliche weitere einjährige Fachausbildung für die Intensivpflege notwendig ist, bevor die dann auf den Intensivstationen arbeiten können. Sodass natürlich das nicht so einfach ist, einfach zu sagen, okay, wir machen jetzt nochmal drei Betten auf, wir brauchen dann halt nochmal rund um die Uhr auch intensiv geschultes Personal. Und es ist ja nicht so, dass man diesen Patienten, der beatmet ist, an das Gerät dranhängt und dann stellt man das ein und dann lässt man das einmal bis am nächsten Tag der nächste kommt. So funktioniert Intensivmedizin nicht.